Natürlich kommen wir so mal so ein bisschen zu den schweren Geschossen irgendwie auf dem Tape. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Story, also Anita, wenn man reinhört so. Geht wahrscheinlich um einen sehr schweren Schicksalsschlag irgendwie. Wie lange hat es gedauert, also überhaupt das für dich zu entscheiden, das zu tun? Es geht um meine Mom, genau. Also es ist so, dass ich ein Gespräch hatte, kurz vor dem Album, so ein tieferes Gespräch. Und dann habe ich eben von dieser Geschichte erzählt. Und dann hat mein Gegenüber gesagt, du hast noch nie davor darüber gesprochen, was geht. Weil du wieder in deinem Kopf bist. Ja, und dann ist mir das aufgefallen, ich habe seit vier Jahren oder fünf fast nie darüber gesprochen, wie es mir eigentlich ging in dieser Zeit. Zum Glück geht es meiner Mutter wieder gut, es ist alles gut und sie ist gesund und strahlt wieder. Aber da ist mir aufgefallen, ich habe da nie drüber gesprochen. Und zu der Zeit, als das war, als diese ganze Chemotherapie und so war, das war schlimm, schrecklich für mich. Natürlich für meine Mutter noch viel schrecklicher, aber nicht mal zu dem Zeitpunkt.